Hey ihr doppelt Lichtschwert Enthusiasten, willkommen zurück zu The Forza Leash 2. Schön, dass ihr dabei seid. Wir müssen gerade aus der Anlage hier entkommen, aus der Klon-Einrichtung, würde ich mal behaupten. Mit Rahm Kota. Ne, nicht Rahm Kota, das war ja der Meister aus dem ersten. Ach. Wie hieß er nochmal? Starkiller war sein Code-Name, aber... Achso egal, ist ja echt total wurscht. Die könnte ich mal bitte gesmashed legen, ihr Splasher. So. Was ist los hier? Ach, schon wieder diese Typen. Ja, ja. So. Was ist denn da los bei diesem Griff, der ist irgendwie falsch. Ja, ja. Er schreit. Arnold Schwarzenegger. Was passiert hier? Ich habe erstmal eure Displays kaputt. Wo sind die TIE-Fighter jetzt hin? Lass mich in Ruhe! Oh oh. Komm ab. Ich habe letztes Ding versteckt, dass ich... Was wäre eine Macht gefangen, um die Plattformen zu bewegen? Kann ich machen. Aber erstmal werde ich ein bisschen upgraden, und zwar... Die Schwerter. Nach dem Blitz, glaube ich. Geistrick. Na ja, gut. Geil. Oh, die 45. Zack. Boah, diese Macht. Diese unglaubliche Macht von Starkiller. Diese unglaubliche Mauszeiger im Bild. Ach ja, kommt er wieder mit einem kleinen Landungsschifter, ja. Gute Nacht. Oh, was war das denn? Das war die neue Combo. Und das Beilchen ab. Hallo? Fangt euer Kollegen auf hier. Tschüss. Oh, ein Sprungsortat kann mit vielen Fernangriffen ausweichen. Aber nicht mal im Blitzen. Lebst du noch? Oh, er ist noch. Du lebst noch. Peng. Wenn sie durch die Luft fliegen, ist das so schön. Hui. Das ist so herrlich. Was fliegt auch hier mit dem Jetpack rum? Das muss ja doch klar sein. Friss dein Schild, bitte. Danke. Ja, den Roboter kannst du auch mit fressen. Oh, wolltest du gerade Schlotz schießen auf mich? Hier, kannst du mal selber. Oh, das zieht mir Lebensenergie ab. Okay. Selber freak. Das ist so gut. Das ist so gut. Die Finisher sind so cool. Hat er da flüssig einen Stickstoff oder was? Was machen die Dinger überhaupt hier? Ich suche noch ein paar Cubes. Gibt es hier noch ein paar Force Cubes? Vielleicht. Ich werde natürlich wieder alle holen. Ihr wisst ja Bescheid. Ich mache es wie im Ersten. Da hole ich mir da die Kristalle mit alle. Oh, macht der DG bitte gesteigert. Ich werde da nicht sterben. Oh, ich habe auch gleich. Wir sind ja eh nur doofe Klone. Und von daher alles von Bubba Fett geklonte. Oha. Ja. Express. Tifa der Express. Ja, ich brauche noch einen mehr. Vielleicht. Zwei. Oh, das war es. Hahaha. Die Regel der drei. Noch mehr Tifa der. Alter. Hier geht ja ganz schön was ab im Ersten. Level schon. Und gleich bei Gegend zwei Läufer. Was? Drücke gleichzeitig um die Macht Wut. Die Macht Wut. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Scheiße. Die ist eh da drauf. Die macht gut. Die tut mir gut. Ach, Kinder, komm. Was wollt ihr denn überhaupt? Ach, Kinder, komm. Was wollt ihr denn überhaupt? Ja, die krass ist da drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Trupp soll sich im Hangar sammeln. Ich treffe ihn dort. Ich treffe ihn dort. Ich erwartete Lord Vader. Der Jedi, wo ist er? Oh, er lebt. Für den Moment. Er ist seit sieben Tagen in der Arena. Wie lauten die imperialen Sicherheitscodes für diesen Sektor? Die Sicherheitscodes. Keine Kauts von mir. Aber ihr wollt mich doch nicht ernsthaft hier alle... Na, ihr habt doch keine Chance. Der Typ übrigens, dieser Baron, der hatte auch Abzeichen des Imperiums, oder? Oh, ich kann Projektile abwehren. Alles klar. Oh, das war zu früh. Ah. Es gibt auch eine... Es gibt eine Parry-Funktion, sozusagen, ja? Aber kann ich den nicht einfach packen und zurückwerfen? Der Sith-Akkolith könnte eine Machtkräfte abwehren. Besiege ihn durch Geschick beim Lichtschwertkampf. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Das heißt, ich packe dich einfach und werfe dich hoch, ja? Ja. Das war Geschick. Das nennt man Geschick im Lichtschwertkampf. Aha. Oh, meine Macht ist wieder bereit. Meine Supermacht. Quasi meine... Saiyajin-Macht der Jedis. Da bin ich super wütend und super stark. Achtung, Bürger. Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde verhängt. Bitte geht nach Hause und schließt eure Türen. Ja, mach mal. Ist gut so. Haha. Wow, die kann... ...kammer ein bisschen schnell jetzt. Aber ihr wisst wohl nicht, mit wem ihr es zu tun haben. Was sagt der richtige... Was ist denn für ein Fatske? Na? Was ist das denn hier? Selbstgeduld. Hier muss doch irgendwo noch was sein. So ein paar... ...Holocrons. Ups. Oh, die könnte hier auch noch zerstören. Gibt Erfahrungspunkte. Gibt hier alles Erfahrungspunkte. Das ist ja mal krass. Es gibt hier alles. Ich wette ja, da sind irgendwo Sachen drin versteckt. Ich kann wirklich alles zerstören. Wie gut ist das denn? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier den ganzen Tag damit beschäftigt, alles kaputt zu hauen. Könnte ich auf den Weg machen. Sobald ich drüben bin, darf niemand mehr durch. Verstanden? Boah, das sieht so geil aus. So die ganze Architektur dieser... ...Star Wars-Spiele ist so fantastisch. Geist gedrückt. Ich halte euch auf Klaz und ein Musik. Ihr müsst von euch auf der Klaz und ein Musik. Das ist nett. Boah, was schießen die denn? Na? Boah. Und so alt zerlegt. Wie krass. Ich meine, es muss nicht immer so überblutig sein, oder? Wie seht ihr das? Also es kann auch mal ein bisschen... Ja, es kann einfach mal so ein bisschen harmloser alles aussehen, so grafisch. Muss nicht immer so ein großes Blutgesplatter hier sein, finde ich. Ja. Au. Ganz schön knapp, die Sprünge. Will ich die auch noch heben, die Plattformen? Nee. Ah, verdammt. Das ist echt knapp. Die geht sogar noch ein Stück höher. Alles klar. Macht Upgrade. So, ich würde sagen, wir upgraden vielleicht mal den Geist-Trick. Ist vielleicht auch ganz nett. Aber ich nehme die Blitze. Mag ich sehr gerne die Blitze. Die kann ich nicht zerstören. Aber wie geil das aussieht, oder? Dieser Bogen. Also, die haben sich mal richtig Mühe gegeben hier, finde ich. Okay. Oh, Lichtschwertwurf, ja. Ja, Lichtschwert. Ziemlich wieser Skill. Ah. Die Naimo-ianische Architektur ist fantastisch. Und ich bin gerade runtergefallen in den Tod. Das war nicht so fantastisch. Was macht er jetzt? Der kämpft gegen die eigenen. Ja, natürlich alle. Ja, wurf geschossen. Ja, komm, das können wir schon. Das kennen wir schon. Die sind alle so schlechte Schützen. Weißt du, er kann sich einfach mal so kurz hier hinstellen und nichts machen. Die treffen nicht mal wirklich. Ein Leben ist nicht viel weniger. Die Naimo-ianische Architektur schafft. Oh. Wie sind alle fallen? Wie so Puppen. Was war denn hier schönes Putzwerk? Damit kann man auch Sachen kaputt machen. Wir haben einen Scharfschützen hier. Wir fangen mal den Speer. Achtung, Bürger. Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde verhängt. Bitte geht nach Hause und schließt eure Begeisterung. Hässlich. Hässlich, hässlich. Wie können dir es wahr, dass das meine Stadt ist? Das war, willst du sagen? Das ganze Kunstwerk zerstört hier alles kaputt machen. Was klingelt denn hier so? Ist hier irgendwo vielleicht wieder ein Q? So, komm. Tanz. Oh, kein Schwein. Und das ist nicht mal das Geilste, wie gesagt. Da drüben kommt erst wahrscheinlich dann die Hauptstadt. Oh, komm mal, da gibt's noch so... Da gibt's viele Bögen solcher Art. Das ist ja geil. Oh, mal durch jetzt. Was? Nicht, nicht, nicht. Machen. Tschüss. Hey. Machen die überhaupt noch was außer... ...machtfähigkeiten einzusetzen? Oh. Ha, ha, ha. Kraftfelder. Immer wieder lustig. Ich will ja mal diese Supermacht einsetzen, aber... Ich weiß nicht. Ich warte nur drauf, dass mal ein starker Gegner kommt. Nichts. Ah. Auch hat er keine Holokrons. Oder Bagdad-Tanks. Ich kenne an, wie ihr euch wohl in meiner Erinnerung schlagen. Sehr gut, wenn ich mich schlagen. Wahrscheinlich. So, jetzt könntest du mal auf deine Freunde schießen. Ich werde meine Freunde töten. Das ist eine gute Einstellung. Hey. Komm, schießt ihr alle tot. Rebellen abschauen. Und glaubt ihr, ihr könnt einfach in meine Stadt kommen und euch alles nähen? Der wollte eben doch wieder auf mich schießen, habt ihr gesehen? Guck mal, die Dicken kann ich nicht zerstören, komischerweise. Hör die hier. Oh, ihr seid auch super, super hässlich. Also, einfach mal überall Verwüstung und Zerstörung hinterlassen. Ich brauch keine Machtkräfte. Ich brauch keine Machtkräfte, ich mach so hier durch, danke. Oh. Ein Schwertkristall. Falsch. Was haben wir denn hier? Wut. Geil. Achtung, Bürger. Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde verhängt. Bitte geht nach Hause und schließt eure Türen ab. Ach, die schon wieder. Darf die das in irgendeinem Nutzen, was ihr da macht? Ich mein, das mit den Kraftwäldern. Macht die einfach kaputt? Oh. Das ist nicht nett. Wow. Hier ein bisschen läuft und dadurch das Ding einfach nicht einschlägt. Ja. Nicht Spaß, verfallen. Ja, ich weiß. Waram Kota kommt mit mir. Das sind mir Teile hier. Ja. Ja, diese Schiffe, hauen die gerade ab oder fallen die auf mich? Ne, ich glaub die hauen einfach nur ab. Okay. Okay. Also ich kann die doch packen und zurückschleudern. Okay. Ja. Oh, wie geil. Ich find's total geil. Einfach mal die Dinger zurückwerfen. Das Spiel ist so klasse. Ich liebe es jetzt schon. Soll aber auch leider nicht so lange gehen. Ebenso ist der Part jetzt auch zu Ende. Ei, ei, ei. Ist ja ruhig da. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wäre cool, wenn ihr wieder dabei seid. Bei The Forcer League 2. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.